hi freunde der spielkultur heute machen wir hier weiter um zur nächsten todsinde zu kommen dazu müssen wir hier unter das haben wir beim letzten mal frei gemacht und jetzt hängt mein spiel ja das stimmt allerdings ja dann haben wir das mal blut blut ich mag klub jetzt kommen die und da hast du da und jetzt mal wieder reinkommen da geht es weiter jetzt wollte ich den letzten bogen zu eliminieren die nerven mich am meisten und wenn wir hier ja 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 haben wir da jetzt alles Okay, da hinten liegt noch was, das hole ich mir jetzt noch schnell. Achso, ein netter Dämon. Ähm, hartet der Hardline. Am Iron Man? Perfekt. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder solche Dinger. Ich mag die nicht. So lange, wie ich zurückdenken kann, war Wüth mein einziger Kleiter. Ich vergesse es, ein Reiter wird nicht durch seinen Fehl gestürzt. Fairfax, ja, das ist wirklich... Mit dem habe ich nämlich überhaupt nicht gerechnet. Dass das Pferd vom Euriphan noch stirbt, das habe ich mir wirklich nicht gedacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wo ist denn das? Können wir leider noch nicht weiter. Müssen wir hier entlang? Gut, das haben wir mal gesagt. Mh, wir waren hier entlang. Okay. Sind wir schon richtig? Da vorne Herren, was ist das? Wahrscheinlich ein neues Opfer für mich. Mh, eher nicht. Ein Massen. Oh, inwiebelig. In was für einer Welt ist so unverklimitlich? Ja. Es ist unschuldig. In dieser Welt ist nichts unschuldig. Okay, das ist anscheinend aber wirklich. War da nicht Loot? Ach, hier. Uh, gut, gut, gut. Geht da irgendwie nicht so gut, ne? Möglichstens war da ein niedliches Monster zu etwas gut. Hm. Wie müde. Selbst für deine Verhältnisse, Herren. Hm. Verdammt. Das ist wirklich... Wenn man jetzt nicht mehr... Am Anfang habe ich mich richtig erschrocken, weil wir... Da haben wir... Ah, da haben wir die... Also. Meine Lieblingsgegner. Meine Lieblingsgegner bei Reißen. Und dann halt... Da kommt sicher noch einiges Schlimmeres auf uns zu. Aber... Naja. Naja, nein. Muss ich hier runter? Jo. Ich glaube... Wenn auch nie... Schauen wir mal. Oder ist das wieder ein Versteck eines Mensen... Menschens? Kann natürlich auch sein. Nein. Wir müssen hier entlang. Jetzt sind wir schon unten. Ja, perfekt. Wir sind in der Knochen... Alter, was ist denn jetzt schon wieder los? Im Knochenland sind wir jetzt. Definitiv. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Was hätte ich uns machen? Weil ich so viele habe gerade. Ja. Zu Pferde wäre diese Reise viel einfacher. Nochmal. Du bist zum Beobachten hier. Nicht zum Reden. Ja. Ich bin wegen viel mehr hier. Gehört Sterben dazu? Eine Drohung. Das habe ich noch nicht entschieden. Gut. Jetzt sind wir hier. Oh. Wer hat denn was passiert denn? Ist halt anders. Ist halt anders, habe ich gesehen. Hm. Okay. Interessant. Das gefällt mir irgendwie. Die Dinger sind hart. Aber nicht um... Moment. Na die Attacke. Aber... Lech. Du Teufel. Gib doch ein paar Stank her. Bisschen Heilung für mich. Was war das jetzt bitte? Ein Engel. Ein toter Engel. Ein toter Engel. Da woher memoriert sind. Da woher hochwertet wird. Ja. Die Hände sind nicht. Wenn wir etwas mehr wegbekommen. Wenn wir das noch mal wegbekommen. Und die nerven, ganz ehrlich. Klebe, der Kämpfer. Ah, du bist das der, der dir Probleme macht. Die wuffen, die wuffen diese Dinge. Halt da, den, den, der. Das ist alles tot, was tot sein soll. Hm, genau. Ah, nett. Ein Engel. Nett ein Engel. Ein guter Engel. Ich denke, das ist hart. Aber nicht unmöglich. Gut. Nein. Gut, das ist mal in der richtigen Position für den Loot. Danke und auf Wiedersehen. Jetzt könnt ihr mich eigentlich bitte, wenn ihr freundlich wärt, mich in Ruhe lassen. Aber leider leidet das ja nicht. Alter. War ja klar. Nein. Verdammt noch. Drecksviecher. Ich hasse im echten Leben auch schon mit Gelsen und so ein Zeugwerk. Ich hasse es einfach nur. Okay, das ist mir fast zu einfach. Naja. Ich muss erst einen richtigen Schwierigkeitsgrad für mich finden, weil... wo er jetzt nicht gut aussieht, noch im Let's Play und... Uh. Genau. Jetzt im Ernst, oder? Alter! Das ist jetzt wieder mal echt... Oh boy. Es sollen auch drauf kommen. Die nerven mich da unten zu viel. Nein, ich... Ich ignoge sie. Noch besser. Jo. Das ist eine gute Idee. Jetzt brauchte ich eigentlich langsam schon wieder mal einen... einen netten Vulgrim. Aber ich glaub, der kommt hätte jetzt. Ja. Ja, die sind... Ich find, die sind extrem fair gesetzt. Fast zu fair. Ja, ich weiß, dass dir das Spaß macht, Vulgrim. Ich probier's. Ich mach's. Ich geb mein Mögliches. Geh mal, helf mich. Ich darf mir einfach... Ich bleib mich einfach an, obwohl ich nur helfen will. Oh, der englische Finger. Blödes Gefieder. Blödes Gefieder, das sag ich euch. Ach, da. Ich mach ihn auf. Blödes Gefieder, ja, ja. Ja, ja. Oh. Was ist denn das Schönes? Ja. Und geschafft. Beim ersten Mal, das ist super. Oh, was ist denn das für dich? Was bist denn du? Schönes. Oh, was Schönes ist richtig viel Schaden. Alter. Die Dinger sind krass. Aber... Es geht. Jeder läuft so krass. Ja, ähm... Habt ihr Dark, sei das schon durchgespielt? Wollte ich mal wissen, ich mein... Ja, im Endeffekt... Geht das auch eigentlich eh ziemlich schnell, finde ich. Ja, jetzt hab ich mir den Blut und dann... Gehme ich mich mal um das... ...gemeine Torb. Hört sich von mir aus. Hm. Aber keiner hat eine Chance, King Fury. Es ist nur mal so. Hm. 15 Minuten. Was wollen die? Dankeschön. Du freundlich. Okay. Okay. Danke. Hey, ich tue euch nicht. Wie soll das unsere Rechenregeln? Ich misch mich da nicht ein. Ey, das geht's gut. Gut. Ah, ich verstehe. Ähm. Ja, ich verstehe das Ding, eh. Okay. Da müssen wir hoch. Höchstwahrscheinlich. Or. Or Fury. Hab ich wieder mal gut gemacht. Ja. Okay, jetzt werde ich sogar oben gelandet. Ja, perfekt. Gut. Hallo. Jetzt bin ich jetzt mal hier bei euch. Wir gegen einen. Nein, nein, nein. Drei gegen einen. Nichts. Wichtig runter. Chicken Wings. Jetzt gibt's Chicken Wings. Gewort. Gewort. Das ist so. Gewort. Wollen wir hier schönes. Ich hoffe, hier geht's weiter. Stimmt mit Loot. Guter Loot. Ja, ich hab dir nichts getan. Wollte ich eigentlich jetzt beschonen, aber... Ah, da muss ich wieder rüber. Da bin ich zu weit. Ja, da muss ich wirklich da rüber. Wer ist wahrscheinlich... Ja, das ist klar. Das kommt hin. Ach, hier. Okay. Mahlzeit. Mahlzeit. Hm. Was haben wir hier schönes? Ein Loot und ein Mensch. Kannst du mich hier raus holen? Ja, kann ich. Also... Wenn du still haltest. Gut, jetzt haben wir bald unsere Zeit erreicht. Aber wir müssen da noch... Ah, perfekt gekauft. Wir haben auch noch... ...das gebildet. Das gebildet. Ah. Gut. Dann haben wir das auch geschafft. Also bitte... Also bitte... ...mich in Ruhe lassen. Das wäre wirklich echt... ...echt nett von dir. Und meinen Freund... Hier, mein... Alter, nicht in die Richtung. Hat dich geschmissen. Danke. Hier raus. Und hier runter. Äh, der ist brav. Und schon... ...sind wir, glaube ich, vor der Angers. Nicht gerade der himmlische Vorposten, den ich erwartet hatte. Wenn wir reingehen. Wir gehen rein? Halt doch zur Abwechslung mal den Mund. Und ich sag jetzt nur mal, beim nächsten Mal schauen wir hier in den englischen... Englischen, ja. Engels Vorposten hinein. Und schauen mal, was wir noch so machen. Keine Ahnung. Einfach zur nächsten Totwünde. Und ich sag jetzt nur mal, danke, dass ihr eingeschalten habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.